Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vorlesung Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschülfetechnik in Stuttgart. Ich halte diese Vorlesung gemeinsam mit meinen Kollegen Prof. Dr. Pado und Prof. Dr. Rausch. Ich bin Gero Lückemeier und werde Ihnen jetzt im zweiten Teil etwas über den Menschen erzählen. Die Lernziele dieser Runde sind unter anderem erklären zu können, was sich hinter Metaphern verbirgt und welche Modelle man für menschliche Informationsverarbeitung gebildet hat im Laufe der Zeit in der Forschung und welche Experimente manches in der menschlichen Informationsverarbeitung erklären können. Sie werden das Ganze dann in der Praxisübung auch auf Beispiele anwenden. Deswegen habe ich hier schon mal in grün entsprechend Bloom's Taxonomy Anwendungswissen Application auch auf Beispiele anwenden eingefärbt, auch wenn Sie das natürlich erst nach der Praxisrunde wirklich können. Der blaue Teil Verständnis, also das Ganze erklären können, dazu sollten Sie nach dieser Sitzung schon in der Lage sein. In violett ist markiert, dass Sie menschliche Sinne kennen sollten, vor allem die Merkmale des Sehsins, denn wir nehmen darüber ja 85 Prozent ungefähr unserer Information auf und deswegen beschäftigen wir uns damit tiefer. Da wird auch die größte Rolle spielen für die Praxisbeispielausarbeitung. Im nächsten Punkt, Einfluss der Psychologie auf die Wahrnehmung, den sollten Sie auch erklären können, dass eben zwei Menschen durchaus objektiv gesehen den selben Sachverhalt sehen können, aber ihn anders verarbeiten. Wir werden auch Gestaltgesetze kennenlernen, die Ihnen helfen, Dinge optisch passend zu gestalten und Sie sollten die dann nicht nur kennen, sondern spätestens nach der Praxisrunde auch in Kombinationen anwenden können. Sie sollten die Aufnahme von Wissen und Fähigkeiten in Lernen und Üben differenzieren können und Sie sollten die Metaphern, die wir oben kennengelernt haben, dann auch anwenden können und sollten das Ganze motivieren können, warum man diese Metaphern gebildet hat und was es mit kognitiver Ökonomie auf sich hat. Schlussendlich werden Sie Ebenen von Handlungsprozessen kennenlernen und auch mögliche Fehler, die auf diesen Ebenen auftreten können und sollen in der Lage sein, diese dann auch zu erklären. Daraus ergibt sich dann folgende Agenda. Zunächst gehen wir auf die Physiologie der menschlichen Informationsverarbeitung ein. Im Anschluss schauen wir uns die Psychologie, insbesondere der visuellen Wahrnehmung an, bevor wir uns das Gedächtnis näher anschauen und mentale Modelle, die es dazu gibt und dann auf Handlungsprozesse kommen. Wir beschäftigen uns also hier intensiv mit dem Menschen und noch nicht so sehr mit der eigentlichen Mensch-Maschine-Kommunikation, aber dieses Wissen über den Menschen spielt natürlich eine große Rolle. Alle Systeme, die wir heute entwerfen, sollten dem Gedanken von Leonardo da Vinci folgen, dass wir den Menschen studieren und verstehen und unsere Systeme dann so gestalten können, dass sie für Menschen möglichst gut zu benutzen sind. Sie sehen ja hier diese bahnbrechende Zeichnung auch nochmal, die da Vinci schon vor über 500 Jahren ausgearbeitet hat. Starten wir also mit der Physiologie der menschlichen Informationsverarbeitung. Man versucht als Mensch sich ein Bild zu machen davon, wie man eigentlich selbst Informationen verarbeitet und das Gehirn, wissen Sie auch, ist ein sehr komplexes Organ und deswegen arbeitet man gerne auch mit Metaphern. Als ITler liegt es jetzt besonders nahe, eine Metapher zu wählen, die uns allen vertraut ist und das wäre zum Beispiel der Computer. Der Mensch interagiert mit seiner Umwelt, indem er von dort symbolische Gegenstände wahrnimmt oder ähnliches. Also der Input erfolgt hier grundsätzlich über Wahrnehmung und wenn wir den Menschen sozusagen als Computer betrachten, der dann diese Wahrnehmungen verarbeitet und der sich in einem gewissen Zustand befindet, wie das mit Software auf einem Computer auch der Fall ist, dann ergibt sich aus diesem Zustand bestimmte Bewertungen. Die sind bei Menschen anders als beim Computer auch beeinflusst von Emotionen oder von Antrieben, die man hat, die oft auch auf Bedürfnissen basieren oder auf Bewertungen, die man schon gemacht hat oder auch auf den Emotionen. Daraus generiert man dann also letztlich mithilfe des Wissens, das man besitzt. Wissen ist in dem Fall ein inneres Modell der äußeren Welt drumherum, das sie sich gebildet haben. Und mithilfe ihres Gedächtnisses, wo sie Dinge abgespeichert haben, die sie früher schon erlebt haben, bildet man im Bewusstsein mögliche Handlungen aus. Diese Handlungen, die gehen dann an das Exekutivsystem, dass der Motorik sagt, agiere jetzt mal und dadurch können sie über die Motorik dann ihre Umwelt wieder beeinflussen. Natürlich können in der Umwelt eben dann auch andere Verhältnisse herrschen, als ihr inneres Modell der Außenwelt sagt. Sie können also neue äußere Weltmodelle auch aufnehmen und natürlich können sie auch den Zustand der Umwelt beeinflussen, was hier mit externe Speicher bezeichnet ist. Nochmal zusammengefasst die Erläuterung hier dieser Computermetapher. Im Grunde haben sie hier das klassische Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, was sie in den Grundlagen der MMK schon mit Geräten hinterlegt gesehen haben. Das eben auch für das menschliche Bewusstsein und die menschliche Informationsverarbeitung. Sie nehmen etwas wahr, das Bewusstsein verarbeitet das Ganze unter zur Hilfenahme von Gedächtnis, also auch von ihrem Wissen, von ihren Weltmodellen und gibt dann eben einen Aktionsbefehl an die Motorik. Ihr Speicher in dem Sinne, wie im Rechner, das wäre eben ihr Gedächtnis und Suchen und Einprägen sind dann letztlich aktive Handlungen, so wie man im Rechner auch sagt, persist ihr mir jetzt mal dieses oder jenes Datum. Und bei der Wahrnehmung versuchen sie im Grunde natürlich laufend abzugleichen, wie passt das, was wir sehen, zu dem, was wir bereits kennen. Das kennen sie insbesondere bei optischen Täuschungen, die dann ausnutzen, dass das, was wir kennen, nicht genau zu dem passt, was wir sehen. Und unser Gehirn interpretiert dann trotzdem, weil es letztlich Dinge sucht. Und damit wirkt unsere Wahrnehmung auch wie eine erfolgreiche Suche im Gedächtnis. Gleichzeitig aufgrund der emotionalen Komponente und aufgrund unseres inneren Zustands kann eben diese gleiche Wahrnehmung durchaus zu unterschiedlichen Resultaten führen, auch bei derselben Person, also auch bei uns selber, je nach Stimmung oder je nach Ereignissen, die sich in der Zwischenzeit zugetragen haben. Körperliche und geistige Faktoren beeinflussen das auch. Sie kennen das, wenn wir müde werden, dann geht die Verarbeitung langsamer. Wenn wir gerade große körperliche Anstrengungen hinter uns haben, dann erfolgt die Verarbeitung sicher auch anders, als wenn wir völlig ausgeruht sind. Diese Faktoren spiegeln hinein und deswegen passt natürlich eine Computermetapher nicht so ganz. Als zweites möchte ich Ihnen das Modell von Rasmussen hier näher bringen. Rasmussen sieht auch die Umwelt und sieht auch, wenn er das ein gewisser Input hier an unsere Wahrnehmung herangeht, die hier unten links als Block dargestellt ist. Wahrnehmung geschieht per se erstmal unterbewusst laut Rasmussen, also unterhalb dieser Bewusstseinsschwelle, die Sie hier sehen. Und genauso wie in dem Computermodell auch, sehen Sie, dass es hier eine motorische Koordination gibt, die dann zum Output, also zur Beeinflussung der Umwelt führt. Jetzt laut Rasmussen befindet sich das Bewusstsein im Oberhack der Bewusstseinsschwelle. Die ist das neutrale Element in diesem Modell. Und das heißt, unsere Wahrnehmung, die lässt sich steuern durch selektive Aufmerksamkeit. Wir können also unsere Wahrnehmung bewusst auf etwas lenken. In der Herr-der-Ringe-Terminologie würden Sie vielleicht sagen, Saurons Auge wendet sich einem bestimmten Punkt zu. Das war dann immer der Punkt, wo die Orbits sich gefürchtet haben. Die selektive Aufmerksamkeit wird die verarbeitet, verarbeitet also jetzt in Kombination mit dem sequentiellen Prozessor, also mit Ihrem eigentlichen Bewusstsein, was arbeitet, verarbeitet es diese Information. Und dementsprechend kann der sequentielle Prozessor dann auch ihre selektive Aufmerksamkeit auf einen bestimmten anderen Bereich lenken. Ich weiß schon, hier kommt ein Ball hinter einem Auto hervor, hinter einem parkenden, wenn ich jetzt Auto fahre. Und demnach werde ich dann meine Aufmerksamkeit auf dieses Fahrzeug gezielt lenken, weil ich davon ausgehe, da könnte gleich auch ein Kind hinter dem Fahrzeug hervorspringen. Der sequentielle Prozessor greift dafür auf Kurzzeitspeicher zu. Klar, ich muss noch wissen, dass vor wenigen Sekunden dieser Ball hinter dem Auto hervorkam. Und der sequentielle Prozessor kann dann eben bewusst die Handlungen steuern. Der Bewusstseinsteil, der verarbeitet auch explizit Ihre Ziele. Das heißt, hier findet eine bewusste Steuerung hin auf Ihre Ziele statt. Unterbewusst liegen hier die Emotionen, die Sie beeinflussen, ohne dass Sie das immer aktiv wahrnehmen, außer Sie reflektieren sich in dem Moment gerade selbst. Und die Wahrnehmung läuft trotzdem auch unter der Bewusstseinsschwelle immer in einem Abgleich mit einem dynamischen Weltmodell. Sie besitzen also ein Modell Ihrer Umwelt. Und was jetzt passieren kann, ist, dass Sie merken, hier passen Wahrnehmungen nicht zu dem, was Sie aktuell als Weltmodell haben, was eine normale Situation ist oder ähnliches. Oder auch motorisch, Sie führen etwas durch und das gelingt nicht entsprechend. Und Ihr Konkurrenzentdecker meldet bei geübten motorischen Aktionen dann, dass hier etwas nicht zusammenpasst. Und dann kann eben diese Schwelle überschritten werden. Das Unterbewusstsein der Handlungen, nehmen Sie beim Fahrzeug zum Beispiel das Einlegen eines Ganges, wenn Sie noch ein handgeschaltetes Fahrzeug bewegen, kann dann dazu führen, dass Sie merken, das ganze stoppt, ich treffe die Gasse nicht genau und dann umschalten von diesem unterbewussten Vorgang, den Sie hinreichend geübt, habitualisiert haben, auf den sequentiellen Prozessor, der dann die Aufmerksamkeit dorthin wendet und sicherstellt, dass Sie das Ganze korrekt ausführen können, auch wenn es zwischendrin einmal gehakt hat. Letzter Punkt ist dann noch Ihr Langzeitgedächtnis. Das liegt oberhalb der Bewusstseinsschwelle, denn dort können Sie ja Dinge gezielt wieder herauskramen. Und das Langzeitgedächtnis hat natürlich Fakten, die Ihr dynamisches Weltmodell beeinflussen. Umgedreht kann auch eine Erinnerung von einem Weltmodell beeinflusst werden. Ich habe diese Erläuterungen dann nochmal auf einer weiteren Folie. Wir haben diese automatisierten Handlungen, Videos einigen des Gangs, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle laufen, sie orientieren sich, sie öffnen eine Tür usw. Und gleichzeitig gleichen sie eben Laufen unbewusst ab, passt das Ganze zusammen. Und ein wesentlicher Punkt mit dem Rasmussen-Modell gegenüber dem Computermodell ist eben dieser Inkongruenzentdecker, man könnte sagen, Sie stutzen über etwas. Sie merken, es passt hier etwas nicht zusammen, es ist etwas Neues, es ist etwas besonders sonderbar. Und dann schalten Sie um aus diesem Unterbewussten, wo Sie auch Dinge parallel erledigen können, auf bewusste Verarbeitung. Und das Bewusste, das ist eben gerade das, was selektiv passiert, stellt sich vor, Sie sind irgendwo neu und Sie fragen tatsächlich Mangelsnavigation noch einmal nach dem Weg und stellen fest, da sagt Ihnen jemand, fahren Sie entlang, bis Sie zu einer Tankstelle auf der linken Seite kommen, dort biegen Sie nach rechts ab. Dann extrahieren Sie diese relevante Information, links brauche ich eine Tankstelle und fahren bewusst bis dort. Etwas mehr Informationen zu Langzeit- versus Kurzzeitgedächtnis noch. Wir übertragen laufend Reize als elektrische Signale aus unseren perzeptuellen Prozessoren, als Nervenimpulse und die laufen hinein beim Auge eben in ein ikonisches Gedächtnis. Das arbeitet ganz, ganz kurzzeitig, erkenne ich diese Symbolik wieder. Deswegen wirken Icons auch in vielen Bereichen so erfolgreich, weil sie eben auch zum Beispiel das Markengedächtnis oder Ähnliches ansprechen und man kann sich das gut merken. Aber das ist erst mal ganz kurzzeitig, ikonisch, erfasse ich das und das ist sehr schnell dann wieder weg. Eine sehr kurze Dauer hier von 200 Millisekunden. Echoisch sind etwas andere Zeiten anzusetzen. Das geht entsprechend länger, weil wir uns eben nicht so sehr auf das Rohr zum Beispiel verlassen. Teile dieses ikonischen Gedächtnisses überträgt das Gehirn dann je nach Relevanz, wenn es erkennt, hier ist etwas für mich besonderes Bedeutendes, überträgt es in das Arbeitsgedächtnis. Aber aus dem heraus kann dann tatsächlich ein kognitiver Prozessor arbeiten und überlegen, was mir die Fakten in diesem Arbeitsgedächtnis sagen sollen. Und letztlich haben sie dann ein recht großes Langzeitgedächtnis, auch wenn es nicht immer leicht fällt, auf dessen Inhalte zuzugreifen. Und die Dinge, die das Gehirn als relevant einstuft aus dem Arbeitsbereich, das sind insbesondere aus der Lerntheorie solche, die man mindestens sechs Mal gesehen hat, die überträgt das Gehirn aus dem Arbeits- in das Langzeitgedächtnis. Ihr Gehirn ist da also gnadenlos. Wenn es merkt, dass Sie etwas öfter brauchen, dann wird es diese Dinge abspeichern. Und umgedreht fällt es sehr, sehr schwer, Dinge zu lernen, die Sie selten brauchen oder Sie die nur einmal sehen. Und auf der Basis Ihres Ergebnisses des kognitiven Prozessors kann dann mithilfe der Fakten, die sich aktuell im Arbeitsgedächtnis befinden, der motorische Prozessor gesteuert werden, der dann die Muskulatur anregt. Das heißt also letztlich natürlich auch, wenn Sie Fakten aus dem Langzeitgedächtnis benötigen, gerade dann kopiert das Gehirn nicht sozusagen in das Arbeitsgedächtnis, wenn Sie das also übertragen wollen auf die Computermetapher, die wir am Anfang gesehen haben, dann lagert das Gehirn hier Dinge aus dem Langzeitspeicher, aus dem Persistentenspeicher, SSD oder HDD und in den RAM, in das Arbeitsgedächtnis. Schauen wir uns zum Schluss die sinnliche Wahrnehmung noch kurz an. Sie haben hier gesehen, dass neben dem Auge natürlich auch Ohr in Frage kommt. Wir nehmen auch Reize auf über Nase, Zunge und Haut und die fließen eben wie gesagt als elektrische Nervenimpulse ans Gehirn. Das Gehirn verarbeitet das Ganze in Form von Bildern, Bewegungen, Geräuschen und so weiter und ordnet sie ein und interpretiert sie, wie eben in den Modellen schon gezeigt. Das Gehirn verarbeitet das Ganze in Form von Bildern, oder in den Modellen schon gezeigt. Das Ganze in Form von Bildern ist nämlich zu Ende. Vielen Dank.